ja vielen herzlichen dank und damit kommen wir zu einem neuen video und zwar den 5000 abonnenten gewinnspiel video ja da kann man ruhig mal klatschen möchte ich bedanken für die 5000 abonnenten für unseren youtube kanal das ist schon eine zahl wo man sagen kann ja wir haben etwas erreicht ja in diesem video möchte ich hauptsächlich danke sagen an alle unsere abonnenten an alle likern alle kommentierer an alle zuschauer an alle bekannten an alle freunde an alle und ja einfach an alle die da den teil beigetragen haben dass wir diese 5000 abonnenten erreicht haben in diesem video möchte ich speziell unseren mitglieder danken dass wir diesen youtube kanal erstellt haben für jeden einzelnen der irgendwie ein beitrag dazu oder einen teil dazu beigetragen haben ja speziell möchte ich mich bei shops bedanken zu einem bei begali.de die uns immer wieder dinge zur verfügung stellen zum testen sozusagen für reviews auch dinge ja sozusagen dass wir rabatte bekommen bedienen da möchte ich mich bei a store bedanken von diesem shop haben wir jetzt auch schon einige gratis artikel bekommen und zwar auch den hauptpreis von diesem gewinnspiel und natürlich möchte ich mich auch bei airsoftzone bedanken von diesem shop haben wir auch schon einiges einiges gratis bekommen ich möchte euch auch darauf hinweisen dass auf unserer facebook seite ebenfalls gewinnspiele stattfinden sprich nur nicht nur dieses große gewinnspiel auf youtube sondern auch ich habe jetzt eine serie von zehn gewinnspiele gestartet auf facebook da gibt es kleinigkeiten zu gewinnen jetzt haben wir mal vier stück magazin halter von begali.de dann kommen ein patches die was mir unsere teampatches was mir anfertigen lassen die könnte gewinnen und so weiter kleinigkeiten ja gut ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr viel drum herum reden über das gewinnspiel ich werde jetzt einfach mal vorstellen was es bei diesen 5000 abonnenten gewinnspielen hier zu gewinnen gibt zu gewinnen gibt es bei unseren 5000 abonnenten gewinnspiel einmal einen g&g kalender von jahre 2018 dann verschiedene g&g patches das sind insgesamt sechs g&g patches dann natürlich einen unserer teampatches den erst auf dem adler patch dann könnt ihr noch einen g&g schlüsselanhänger gewinnen also ein schlüsselband dann einen schlüsselanhänger von begali.de da gibt es noch eine begali cap einen schemak schal und eine multicam pouch dann haben wir hier noch zwei packungen airsoft bb einmal eine große packung mit einem mit einem kilo 0,40 gramm bb und eine kleine packung mit 3000 bb mit 0,25 gramm und dann haben wir noch die zwei hauptpreise sozusagen einmal das x 300 tactical led ein weapon light in der farbe dark earth und zum hauptpreis gibt es ein headset von earmor earmor und zwar das m31 h eben ein gehörschutz zur verfügung gestellt wurden uns diese preise zum teil von aastor sprich der hauptpreis ist von aastor das headset kostet normalerweise 50 euro also normalerweise 75 euro jetzt ist es im angebot um 50 euro und wir verlosen das tactical led ein wert von 60 euro gibt es jetzt auch als als aktion bei aastor um 38 euro und die anderen artikel haben wir von wie gesagt airsoftzone bekommen und natürlich auch begali.de vielen herzlichen dank für diese preise die wir hier an euch verlosen ja was müsst ihr tun um die bei diesem gewinnspiel teilnehmen zu können zum ersten müsst ihr treuer abonnent von und sein sprich unseren youtube kanal abonniert haben und unter dieses video hier müsst ihr ganz einfach einen kommentar schreiben warum wir das gewinnen wollte wenn wissen also erst zuerst mal dann wird man wirklich sehen dass es leute sind die was interesse an airsoft haben und warum ihr dieses gewinnspiel hier von uns gewinnen möchtet diese preise und wir würden uns sehr sehr darüber freuen wenn ihr dieses video hier auf facebook teilt oder einen daumen hoch gebt ja damit mir eben ich will jetzt nicht sagen ein bisschen bekannter werden aber ja es freut uns natürlich dass wir uns bei unseren abonnenten und so bedanken können wie ihr vielleicht mit mitbekommen habt ist es ist dieses gewinnspiel nicht das erste sondern schon das fünfte sechste oder zehnte ich habe keine ahnung wie viele gewinnspieler das wir schon gemacht haben ja gut falls es irgendwelche fragen gibt schreibt es bitte unter dieses video in die kommentare ausgelost wird das ganze so dass wir dass wir alle kommentare was unter dieses video geschrieben werden passt auf einen zettel ausdrücken bzw den namen und das ganze dann in der box werfen und einen zettel dann ziehen da gibt es wieder einen gewinner vielleicht gibt es da wieder ein video davon natürlich damit das ganze etwas spannender wird ja wann wird das video ausgezogen was gelöst natürlich sobald wir die 5000 abonnenten erreicht haben und ja jetzt mal sagen ja das wird jetzt circa zwei wochen dauern dann wenn man das ganze machen ja gut ja das war es einmal patches unsere team patches sind natürlich auch so erhältlich so schreibt uns bitte eine nachricht entweder auf facebook oder eine e mail die e mail adresse verlinke ich euch unten in der infobox ja gut das war es eigentlich schon wieder mit dem video kurze ansprache ja wie gesagt möchte mich wirklich recht herzlich dafür bedanken bei abonnenten bei allen leuten die uns unterstützt haben gut dann war es das wieder und ich hoffe sehen uns im nächsten video wieder tschüss